Intro Okay, jetzt müssen wir ihn abholen Oli, wen müssen wir jetzt abholen? Wir holen ein anderes Teammitglied von Videomedia ab Und ich hab auch mal die Kamera für meinen Vlog-Kanal Weil der halt so selten da ist Ja Immer diese scheiße Vlogger, immer diese scheiße Vlogger Immer diese scheiße Vlogger Wow Abholen Sonne Das wird überläuft Dass ich das nochmal sehe, die Sonne Echt so in dieser wunderschönen Verschneiten Welt Ja Und jetzt Oh yeah Ach ja, wollt ihr auch mal reagieren, wie eine Kamera sich überspielt? Ja Komm, Kamera wechsel Okay Eins Warte, du musst, ja komm Eins, zwei und... Diese eine Treppe Aus dem McDonalds Vlog Dahin Kommt der zu Marco Und er ist jetzt zu Und die Oli, was sagst du erst mal gleich, der gewinnt Komm hier Ja, klar Du findest du jetzt Eins Weg Weg Einen Oli, der sowas hätte ich gegeben Einen Oli, der sowas hätte ich gegeben Ehh Ehh The fragrance for you Du bist so blöd, ey Den haben wir abgeholt Er ist Yolo Cappé Dieme Cappé Diem Ja, wir haben jetzt schon so ein paar Sticker Und Oreo Eis Genau wie der da Und den da will ich gewinnen Sonst kaufe ich mir den nächstes Jahr Ja Ein Jahr umsonst Ansonsten kaufe ich Ansonsten kaufen wir den sowieso nächstes Jahr Und ich will hier Can treffen Und da sage ich Cappé Diem Man nehmt nur einmal Cappé Diem Er grisst schon Ey, ihr glaubt bestimmt nicht, dass ich den Verschwinden kann mit YouTube Partnergriffen, oder? So Lea Hallo Oli 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 Ich bin ein alt Klau-Boy Für das nächste Video Und Oli Oli Er war ganz gemein Er ist happy Jetzt nochmal verrückt Gleich wieder wütend Ja Zum Retro Das ist mir langweilig Und er hat das Sperma Oli Alter wie das aussieht Das ist mir Das ist mir Vielen Dank.